Diese Situation bei dir zu Hause, inwiefern ist sie schwierig? Eric, ich möchte dich nicht damit belasten. Margot, ich muss dir etwas sagen. Bill war hier, um mit mir zu sprechen, während du weg warst. Tatsächlich? Ja. Worüber? Er hat sich sehr darüber aufgeregt, dass du weggefahren bist. Es ist kaum zu glauben, er ist schon seit Wochen so. Er versteht nicht, wieso ich so erschüttert bin, dass mein Bruder sexuell missbraucht worden ist. Mein Gott, das ist eine unglaublich schwierige Situation. Ja, Jake ist deswegen sehr krank gewesen. Das ist doch wirklich eine äußerst ernste Angelegenheit. Ich hätte wenigstens etwas Mitgefühl von meinem Mann erwartet. Aber nein, er beschuldigt sogar Jake, alles erfunden zu haben. Was soll ich dazu sagen? Er ist nicht vollkommen. Weit davon entfernt. Aber er ist ein Mann. Ja, er ist mein Mann. Manchmal frage ich mich wirklich. Tu nichts Unüberlegtes. Oh, ich tu ganz bestimmt nichts Unüberlegtes. Nein, ich denke schon längere Zeit darüber nach. Er liebt dich. Ist das wirklich Liebe, Eric? Manchmal fühle ich mich wie eine von Bills Publikationen. Das Titelblatt gefällt ihm, aber für den Inhalt interessiert er sich nicht. Was willst du tun? Ich weiß nicht. Margot. Liebst du ihn? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gedacht, dass ich es tue. Aber der Mann, den ich geliebt habe, scheint nicht derselbe Mensch zu sein, mit dem ich jetzt lebe. Ja? Nein, Trisham. Sie sollen warten. Ich möchte dabei sein. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Tut mir leid, Margot. Ich muss in die Schneiderei. Danke. Margot, du musst mir, weiß Gott, nicht dafür danken. Es ist noch nicht allzu lange her, da habe ich dir meine Probleme mit Stefanie anvertraut. Hör zu. Was immer du jetzt auch tust, plane deine Züge gut und führe sie langsam durch. Aber was wohl am wichtigsten ist, versuch mit deinem Mann zu kommunizieren. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Merkst du sie 천ne. Ihre Sekretärin war nicht da. Deshalb habe ich hier drin gewartet. Gute Idee. Ich war nur etwas überrascht. Ich kann es kaum erwarten, etwas über meine Aufgaben zu erfahren. Falls Sie jetzt Zeit dafür haben. Donna, ich bin im Moment leider sehr beschäftigt. Oh, tut mir leid. Nein, 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 nein. Ist schon in Ordnung. Ich muss nur in eine Besprechung. Aber ich würde Sie gern morgen früh empfangen hier in meinem Büro. Wirklich? Sie kommen her, wir setzen uns zusammen und dann können wir alles besprechen. Vielleicht sieht man es nicht, Mr. Spencer. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass Sie mir so eine Chance geben. Nun, Donna, Sie könnten mir auch einen Gefallen erweisen. Bitte, nennen Sie mich Bill. Manchmal tue ich das ja. Ja, und manchmal tun Sie es nicht, was wahrscheinlich davon abhängt, wie Sie sich gerade fühlen. Aber ich hoffe, dass Sie jetzt locker genug sind, um mich in Zukunft bei meinem Vornamen zu nennen. Ich werde es versuchen. Ja, ich weiß, wie sehr Sie sich auf diesen Job freuen, aber Ihre Familie macht Schwierigkeiten. Ja, das stimmt, meine Geschwister. Mhm, das tut mir leid für Sie. Aber zum Glück sind Sie eine junge Frau, die Ihre Entscheidungen selbst treffen kann. Sie wissen ja, wie eine Familie so ist. Ja, ich weiß genau, wie eine Familie ist. Sie wollten sich sicher auf Ihre Besprechung vorbereiten. Ich komme dann morgen früh. Ich freue mich schon drauf. Und ich freue mich darauf, bei Ihnen zu arbeiten, Mr. Bill. Ich möchte ein Gewinn für Ihre Firma sein. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Sache gut machen werden. Mhm. Wiedersehen, Dora. Wiedersehen, Bill. Ja. Ja. Ich bin sicher, weil ich mit Ihnen sprechen wollte. Wenn Sie das so sagen, klingt es fast etwas unheimlich. Es sollte nicht unheimlich klingen. Aber Jake hat sich sehr verändert, Taylor. Nein, er steckt in einem Prozess der Veränderung. Heilung wäre eigentlich das passendere Wort dafür. Heilung. Zum ersten Mal ist Jake ein Mann, der unbelastet ist von einer schrecklichen und hässlichen Vergangenheit. Kann ich ihm nicht irgendwie dabei helfen, damit umzugehen? Seien Sie offen allen Veränderungen gegenüber. Bekämpfen Sie sie nicht. Jake versucht gerade zu lernen, sich selbst zu akzeptieren. Zum ersten Mal. Und allein schon der Versuch ist sehr schwierig für jemanden, der missbraucht wurde. Sehen Sie, Sie haben einen Mann geliebt, der emotional verkrüppelt war. Und jetzt lieben Sie einen Mann, der von Tag zu Tag stärker werden wird. Ich möchte ja, dass er stärker wird. Natürlich möchten Sie das. Das wird Ihrer Beziehung auf jeden Fall gut tun. Wie auch immer sie sich entwickeln wird. Wie auch immer sie sich entwickeln wird. Sie meinen, sie könnte sich vielleicht ganz anders entwickeln, als wir es uns eigentlich gedacht hatten. Wollten Sie das damit sagen? Das wäre möglich. Ist es wahrscheinlich? Ich würde es nicht für so wahrscheinlich halten. Es ist schwer, in so einer Situation etwas vorherzusagen. Das ist unmöglich. Und wie fühlen Sie sich? Ich weiß es nicht so genau. Okay, schätze ich. Wenn Sie nicht ein bisschen Angst hätten, wären Sie kein menschliches Wesen. Taylor, ich liebe ihn. Ich habe mir das alles so für Jake gewünscht, seit ich mit ihm befreundet bin. Und jetzt ist es endlich soweit. Ja, sicher habe ich Angst, aber... Außer dieser Angst empfinde ich stolz für Jake. Ich freue mich für ihn. Das... das ist ein ganz neuer Anfang für ihn, nicht wahr? Ich meine, von jetzt an kann doch alles nur viel besser werden. Besser, als es je in seinem Leben gewesen ist. Alles wird gut. Wie könnte ich mich denn nicht darüber freuen? Ich bin so gut. Ich bin so gut, es ist alles. Ich bin so gut. Untertitelung des ZDF, 2020